Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2018 stelle ich Ihnen die neue Option Rohmodellgröße vor. Mit dieser neuen Funktion können x-beliebige Rohmodellgrößen gleichmäßig über ihr Bauteil oder auf separate Körperkanten bezogen werden. Die Rohmodelldefinition wurde in der Version 2018 mit einem neuen Parameter unter Bezug Rohmodellgröße erweitert. Wenn Sie, nachdem Sie die Checkbox vor Rohmodellgröße aktiviert haben, Ihr Bauteil anklicken, werden die maximalen Abmaße in x, y und z in diese neue Checkbox Box Size eingetragen. Dieses Bauteil hat aktuell in x eine Breite von 166 mm, in y 125 und in z 25 mm. Das Ganze kann auch in Zoll eingestellt werden. Wenn das Rohmaterial in der Werkstatt nun eine Breite von 170 mm in x, 130 mm in y und eine Höhe von 30 mm in z hat, können Sie diese Werte in diese Checkboxen eintragen. Das Ganze wird gleichmäßig über das Bauteil verteilt, die Abmaße. Sie sehen, das Ganze wird hier jeweils um 2 mm in x, 2,5 mm in y und 2,5 mm in z über das Bauteil verteilt. Die Standardfunktion Abstand vom Fertigmodell ist hier immer auf mittig eingestellt. Wenn das Rohmaterial nun aber in Z zum Beispiel nur 1 mm zum Bauteil haben soll, können Sie hier das Ganze austauschen, wechseln das Ganze in Z Plus und sagen, das Rohmaterial soll oben nur 1 mm über dem Fertigteil das Maß besitzen. Und dann wird das komplette Rohmaterial angepasst. Danach kann das Ganze mit in CAM Komponente laden abgespeichert werden und wird als 3D-Skizze in den Arbeitsbereich abgespeichert. Für weitere Informationen und SolidCAM Professor Beiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.